Ein Ford Fiesta ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kleinwagen ist 5 Thürich und bietet Platz für 5 Personen. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Freisprecheinrichtung, Bluetooth, ABS, ESP und vieles mehr. Der sparsame Benziner hat eine Leistung von 80 PS. Er wird über ein Schaltgetriebe gesteuert. Der angegebene Verbrauch liegt bei 4,6 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 12.869 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017